Ich habe eine E-Mail bekommen aus der Ukraine. Junge Unternehmer, 35, IT-Branche, hat keine Lust mehr auf Jeans und T-Shirt, will sich endlich im Job anziehen wie ein erwachsener Mann. Bravo! Weiß aber nicht genau, wie er das hinkriegen soll. Problem, was viele haben, aber lösbar. Okay, die Basics. Drei Anzüge. Navy, also dunkelblau, bisschen helleres Blau und Grau. Einreier, schlicht bleiben, keine Muster, keine Karos. Und keine Mischgewebe, 100% Wolle. Damit zum Schneider anpassen lassen. Dankeschön. Sechs Hemden, drei Weiß, drei in unterschiedlichen Blautönen. Sechs Krawatten, zwei schlichte Blau und Rot. Zwei gestreifte, eine gepunktete, eine karierte. Das war's schon. Mal schnell nachgerechnet, das ergibt 36 verschiedene Kombinationen. Das heißt, fast zwei Monate lang ins Büro, ohne jemals das Gleiche anzuhaben. Nicht schlecht für den Anfang, oder? Dazu noch ein, zwei Paar gescheite Schuhe. Fertig. Und noch was. Zunächst nur ein oder zweimal die Woche smart ins Büro. So gibt man auch den Kollegen Zeit, sich an das neue Outfit zu gewöhnen. Die feixenden Kommentare können Sie getrost ignorieren. Lehnen Sie sich zurück in dem schönen Gefühl, der einzige gescheit angezogene Mal im Büro zu sein.